Britschen wir doch erstmal. Kamera stilllegen. Was für eine Verbündete Geschütztürme. Ja, super. 55, 1C, 1C. Danach ist die 55. Eigentlich wieder die Qual der Wahl. Die habe ich aber gerade nicht. Jetzt könnte ich noch 1C1C machen. Wenn ich hier welche hätte. Die Kameras hätte ich vorher dann ausschalten sollen, wenn ich sie benutzt habe. Jules Carell. Jules Carell. Ich markiere auch mal. Ah, der fiel ein super... Moment, was sehe ich da? Kann ich dich hacken? Nein. Ja. Wieder super Musik an. Du bist ein Zivilist. Ach, das ist hier vorne. Ja. Ja, die haben hier definitiv Sicherheitstürme. desto mehr Leute markiert sind, desto eher weiß ich, wo sie sind. Es sind noch 3 da oben. Ach, die haben schon markiert. Von hier aus sehe ich leider doch da. 70 Meter in die Richtung. Ich wollte gerade sagen, von hier aus sehe ich leider nicht wo es genau hingeht, aber da stand es ja. Ich glaube, der erste Weg, den wir versuchen wird... nicht hier vorne drüber sein, sondern über diese Leiter, die im hinteren Bereich ist. Da haben wir dann auch die Möglichkeit später wieder rüber zu hüpfen, um rauszukommen. Aber um da hinzukommen, müssen wir an der Truppe hier vorbei. Wenn ich sie hacke und ihre... ähm... Cyberwehr störe. Ja, speichern ist, glaube ich, ein guter Plan. Habe gehört, verpatzte Missionen kann man nicht so gut wiederholen. Außer man stirbt. Okay. Ich versuch's jetzt einfach mal eiskalt hier dran vorbei. Das war ein sehr kurzes, äh... irgendjemand entdeckt mich gerade. Jetzt muss ich warten, bis der Roboter da wieder weg ist. Alternativ starten wir da drüber einfach ein Abrengungsmanöver. Hilft nicht, supi. Doch, der Typ da drinnen, ähm... der will. Wieso bist du hier nicht mehr markiert? Keine Gefahr entdeckt. Hm. Der rennt weg. Der Typ hockt da rum. Jetzt dürfte der... Roboter da halt nicht sein. Ah, verdammt! Lauf weg! Kann ich denn nochmal irgendwo... in der Abdenkung starten? Nein. Seidsam! Nicht das. Das da. Ich hoffe, er bleibt lange genug da rum... äh... stehen. Kann ich da irgendwas ablenkendes machen? Das muss untersucht werden. Ja. Ich habe ihn in meine Richtung abgedenkt. Super! Gut. Wir sind zumindest schon mal ein Stückchen weiter. Ja, ich weiß. Ich war mir nicht sicher, ob ich noch ungeblickt war. Ich war mir nicht sicher, ob ich noch ungeblickt war. Ich war mir nicht sicher, ob ich noch ein bisschen mehr... Ich bin nicht mehr über die Erste. 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 Was? Wir sind jetzt schon im feindlichen Bereich. Ich dachte, wir wären vorher auch im feindlichen Bereich. Technische Fähigkeiten, sieben von acht. Wir werden angegriffen. Okay, da oben käme ich eh. Da komme ich nicht wirklich hoch. Da komme ich nicht wirklich rein. Sehr geil. Von wo? Genau. Von wo, bitte? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Wir haben nämlich nur sieben von acht. Wir kommen da doch rein. Aber ich konnte da nicht aufs Dach springen, weil es zu hoch war. Und die Tür kann ich auch nicht öffnen. Da gab es nichts mehr. Nein. Oh, nein. Oh. 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 Aber ich gehe gerne nochmal hin. Nein, das ist doch auf das Ohnein bezogen. Achso, sorry. Kette sprengen. Remote deaktiviert. Okay. Hmm. Aber vielleicht gibt es ja noch ein bisschen was. Wenn das Gute ist, ich kann ja die Leute zumindest takedown. Ich darf mich halt nur nicht erwischen lassen. Ähm, okay. Interessantes F, was du da genutzt hast. Haben wir hier noch andere Möglichkeiten reinzukommen? Ja, der Vordereingang. Oder wir warten, bis die Wache hier rauskommt. Das geht natürlich auch. Oh, schönes Wetter heute, ne? Na, komm raus. Und für die irretechnische Fähigkeit habe ich ja gerade schon geschaut. Habe ich nicht. Ja, da fehlt mir noch ein bisschen Level. Ne, da komme ich wirklich nicht hoch. Ansonsten, auf der Übersichtskarte kann ich jetzt nicht wirklich was sehen. Das hier ist nur das Areal. Hackerin kann ich dem hier auch nicht. Bevor mir die Kamera jetzt gleich auf den Keks geht, mache ich das nur so. Ja, komm, du willst nachgucken. Geh. Los. Die Wache da oben würde ich gerne schon ausschalten. Zumindest markiert haben. Puh, 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 puh. Ich muss aber nach oben. Ich weiß nicht, ob es klappt. Nein. Das ist die Wache. Das ist die Tür. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas in mir abzudenken. Nein. Komm, schließend bitte. Danke. Danke. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Das ist mal nicht ernst. Das ist zu deinem Besten. Das ist kein Scherz. Na gut, damit haben wir zumindest schon mal die Beweise. Jetzt können wir noch ein paar Daten klauen. Haben wir hier noch irgendwas, was wir deaktivieren können? Nein. Jetzt darf der sich da nicht bewegen. Einfach aus. Gut, dass wir den einen da schon erledigt haben. Die machen wir mal lieber aus. Und ich habe das Gefühl, das hier ist unser Ausweg. Hallo. Ja. Das freut mich wie immer, mit dir Geschäfte zu machen oder so. War ja doch einfacher als zu erwarten. Äh, als erwartet so. Dann haben wir da noch was. Danke. Gut, wir haben nur eine einzige Wache temporär ausgeschaltet. Ah, das sind zwei Geschütztürme, ja. So, der Vollständigkeit halber. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, warum haben sie hier ein Geschützturm rumstehen, äh, während sie zwei Einfahrten haben. Na ja. Ja.